Hallo und herzlich Willkommen! Heute wollen wir uns anschauen, was passiert, wenn ein Stoff verdampft oder kondensiert. Um das zu verstehen, müssen wir folgende Phänomene näher betrachten. Was bedeutet flüssig bzw. gasförmig im physikalischen Sinne? Was passiert in einem Stoff beim Übergang von flüssig zu gasförmig bzw. von gasförmig zu flüssig? Und was ist die Verdampfungswärme? Alle Stoffe, die wir auf der Erde finden, sind aus ganz kleinen Teilchen aufgebaut. Wir nennen einen Stoff flüssig, wenn sich die Teilchen in ihm bewegen können. Aber zwischen den Teilchen herrscht eine Anziehung, sie können sich also nicht völlig frei bewegen. Ist ein Stoff gasförmig, so besteht kaum eine Anziehung zwischen den Teilchen. Sie können sich völlig frei bewegen und füllen immer den gesamten ihnen zur Verfügung stehenden Raum aus. Erwärmt man eine Flüssigkeit bis auf eine bestimmte Temperatur, so verdampft sie und wird gasförmig. Diesen Vorgang nennt man auch Sieden. Um ein Gas in eine Flüssigkeit umzuwandeln, muss man es abkühlen. Den Übergang von gasförmig zu flüssig nennt man kondensieren. Beim Nudelkochen kann man das schön beobachten. Am Boden des Topfes wird das Wasser heiß. Es bilden sich Blasen aus Wasserdampf, welche aufsteigen. Am Deckel kühlt dieser Wasserdampf dann wieder ab und kondensiert. Man zieht das an den Tropfen, die sich dort mit der Zeit bilden. Außerdem kann man sehen, dass sich der Deckel des Topfes bewegt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Teil des Wissen Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern Vielen Dank.